Sex ist ja eine ganz wundervolle Sache. Allerdings gibt es so ein paar Themen, die man beachten sollte, wenn man sich mit Sex auseinandersetzt. Das eine Thema ist Kinderwunsch bzw. Schwangerschaft. Also, möchte ich ein Kind bekommen? Wollen wir ein Kind bekommen? Passt das gerade oder passt das vielleicht gerade überhaupt nicht? Will ich überhaupt Kinder haben? Und so weiter und so fort. Und das andere ist, sich schützen vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Also, zum Beispiel Chlamydien, die sind ja gerade stark wieder auf dem Vormarsch in Deutschland, weil eben nicht jeder hier verantwortungsbewusst ist. Dazu muss man verstehen, dass nur weil man verhütet nicht automatisch garantiert ist, dass man auf keinen Fall schwanger wird oder auf jeden Fall vor sexuell übertragbaren Krankheiten geschützt ist. Denn die verschiedenen Verhütungsmethoden unterscheiden sich in der Anwendung, in der Sicherheit und im Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Das macht die Sache nicht immer so ganz einfach. Wie sicher ein Verhütungsmittel vor einer Schwangerschaft schützt, zeigt der sogenannte Pearl Index. Je niedriger der Pearl Index ist, desto sicherer ist die Methode. Ich stelle euch jetzt nicht nur die verbreitetsten Verhütungsmethoden vor, sondern erkläre euch auch, worauf ihr ganz besonders achten müsst. Am häufigsten wird in Deutschland die Anti-Baby-Pille verwendet. Sie gilt als relativ sicher. Von 1000 Frauen, die ein Jahr lang die Pille richtig einnehmen, wird nur eine schwanger. Die Pille enthält bestimmte Hormone, die eine Schwangerschaft verhindern. Ebenfalls mit Hormonen wirkt der Verhütungsring, der in die Scheide eingesetzt wird und dort 21 Tage verbleibt. Auch er ist relativ sicher. Viele Frauen haben aber bei beiden Varianten Probleme, zum Beispiel mit den Nebenwirkungen wie Gewichtszunahme, weniger Lust auf Sex oder Kopfschmerzen. Und dazu kommt ja noch ein erhöhtes Risiko für Blutgerinnsel in den Blutgefäßen, die sogenannten Thrombosen. Deshalb, überlegen Sie sich manche Frauen, ist das wirklich das Richtige für mich? Und auch Männer machen sich natürlich Gedanken, was passen könnte. Zum Beispiel ein Kondom. Es wird vor dem, wie man so schön sagt, sexuellen Kontakt oder dem GV, Geschlechtsverkehr, über den Penis gerollt. Dabei achten, dass das Luftreservat so, zack, ah, wunderbar. Kennt man alles noch aus dem Bio-Unterricht. Genauso rübergerollt. Und wichtig ist, dass man es natürlich richtig anwendet. Schlimmstenfalls kann es nämlich passieren, dass das Kondom platzt oder verrutscht oder irgendwie anders sozusagen nicht funktioniert. Und deshalb ist der Pearl Index hier auch nicht ganz so niedrig. Also nicht ganz so gut wie bei den anderen Verhütungsmitteln. Auch vorsichtig sein solltet ihr mit Vaseline oder fethaltigen Cremes. Die können nämlich das Gummi angreifen und dann schützt es auch nicht mehr so gut. Besser ist es, Öl- und Fettfreiheitleitmittel zu verwenden, die ja auch dafür teilweise sozusagen extra vorgesehen sind, kann man auch besorgen. Das Kondom hat aber einen unschlagbaren Vorteil. Es schützt als einziges Verhütungsmittel auch vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Die Spirale gibt es in der Hormon- und in der Kupfervariante. Die sehen dann so aus. Beide werden vom Arzt oder von der Ärztin in die Gebärmutter eingesetzt. Die Hormonspirale gibt Hormone ab und verhindert so eine Schwangerschaft. Der Schutz ist damit über einen längeren Zeitraum gewährleistet. Und man muss sich jetzt die ganze Zeit Gedanken machen um das Thema Verhütung oder den ganzen Tag oder jeden Tag an die Pille denken. Also das funktioniert sozusagen ganz gut. Gut, Frauen berichten übrigens, dass sie auch weniger Schmerzen während der Blutung haben zum Beispiel. Ein Nachteil ist allerdings, dass gerade in den ersten drei Monaten es zu Blutungsstörungen kommen kann. Die Kupferspirale funktioniert ohne Hormone. Sie macht Spermien weniger beweglich und verhindert, dass sich eine befruchtete Eizelle in der Gebärmutterschleimhaut einnisten kann. Der Vorteil ist auch hier, dass man da nicht mehr dauernd an die Verhütung denken muss und dass sie eben ohne Hormone auskommt. Allerdings kann sich durch die Spirale die Blutung verändern. Sie kann zum Beispiel schmerzhafter sein und es können Zwischenblutungen auftreten. Selten aber möglich sind auch Entzündungen im Unterleib. Und beide Spiralen schützen nicht vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Mittlerweile gibt es auch Smartphone-Apps zur Verhütung. Diese berechnen die fruchtbaren Tage der Frau, indem die Körpertemperatur eingegeben wird. Das kann aber auch etwas umständlich sein, denn man muss jeden Morgen zur gleichen Zeit aufwachen und dann sofort die Temperatur messen. Die Methode ist zwar natürlich und kommt ohne Hormone oder sonstige Verhütungsmittel aus. Sie hat aber auch einen großen Nachteil und zwar ist sie relativ unsicher. Denn es gibt viele Faktoren, die die Temperatur beeinflussen können. Dazu zählen unregelmäßiger Schlaf, Erkältung mit Fieber, Stress, Alkohol und sogar Sport. Wenn ihr also unbedingt verhindern wollt, schwanger zu werden, solltet ihr besser auf die sicheren Verhütungsmethoden zugreifen. Welches Verhütungsmittel für euch das richtige ist, entscheidet letztendlich ihr selbst. Frauen können sich natürlich nochmal umfassend beraten lassen beim Frauenarzt oder bei der Frauenärztin, was jetzt die beste Option ist oder was irgendwie am besten passt zur eben persönlichen Situation. Heißt aber nicht, dass Männer da aus der Pflicht genommen sind, sondern auch Männer, liebe Männer, Verhütung ist auch euer Thema, aber egal, was euer Ding ist, wie oft, mit wem und wann und wie ihr Sex habt, daran muss euch nichts peinlich sein. Traut euch nachzufragen und uns Ärzte anzusprechen, wenn ihr Fragen habt. Wir kennen solche Gespräche, das ist unser Job und wir helfen sehr, sehr gern.